Meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen zurück bei Battlefield 1 mit Max und mir. Zurück willkommen. In Amion, Entschuldigung für die schlechte Qualität der letzten Folgen. Wir haben ewig schon nicht mehr Battlefield 1 aufgenommen, das wisst ihr ja selber. Und die Einstellungen sind für die anderen Spieler optimiert gewesen. Die kann man nicht pro Spiel speichern, sondern nur pro... Von wo? Von wo? Au! Und da habe ich jetzt erstmal zwei, drei Folgen. Also die dritte Folge, es kann passieren, dass ich das da auch noch brauche. Dass ich dann wieder diesen Standard von damals hergestellt habe. Der PC hat sich nicht verändert, das ist kein schlechterer, weshalb ich dann auch... Also was ist denn das für eine Scheiße? Wir sind 23 Spieler und der Gegner sind 32. Ich krieg's nicht hin, ey. Der Feind kontrolliert alle Einsatzziele. Der Feind kontrolliert alle Einsatzziele, der hört sich nicht drauf. Das wäre kein Wunder, wenn das 34 Stück sind. Bestimmt, wir sind viel weniger, ne? Ja. Alte, was ist hier los? wir werden hier richtig zurück gedrängt in die basis rein unser panzer zu schon unterwegs guck mal wie schnell die punkte von den feinden steigen ist wenn relativ kurz zu folgen die kontrollieren ja auch alle einsatzgebiete meine sehr verehrten dame dann immerhin habe ich einen schon umgebracht um Gottes Willen 2 umgebracht 2 Tode granate aua halbzeit wir müssen mehr druck machen wie denn ich brauche mal hier eine wiederbelebung hallo ich komme in der hoffnung dass du das bist alter das geht ja mal gar nicht diesen jahrhundert mal stärker als wir ich wollte schon wieder weggespringen ich komme ich werde auf der granate ich werde auf der granate ich werde auf der granate Ich bin da einfach sprachlos gerade. Wow, ich werde weggesprengt. Das klingt aber auch nichts reinzulaufen. Aua, ich wurde getötet. Ich brenne, jawohl. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Wir haben nicht mal 200 Tonniere genommen gleich gewonnen. Wir haben Einsatzziel Albert erobert. Sprengstoff zerstört, ja immerhin. Wo sind denn hier die ganzen Leute hin? Ich bin hier ganz alleine. Oh, wir haben auch ein Panzer, nice. Mist. Ich lege hier im Schuppen. Hör mal. Bist du in der Nähe, ne? Ja, ich bin doch tot. Okay, ich bin drei Tote schon gestorben. Ich wurde schon sechsmal erschossen. Na immerhin. Und jetzt haben wir 32 zu 32. Wie schlecht sind wir denn? Ja, aber was willst du denn machen? Au, wo lacht er denn? Ach, da oben. Ja. Ah, okay. Wo denn? Alles klar ist er schon tot. Wir haben Einsatzziel Berta erobert. Ja, noch 100 Sekunden, dann ist es ausgespielt. Aua! Alter, ich hätte einfach F drücken sollen, ich bin so ein dummes Schwein. Hahaha. Wie lange haben wir noch? Wir haben Einsatzziel David erobert. Oh, ich habe wirklich kein Gefühl mehr, ob ich jetzt schließe. Au, Maxi, kommt einer! Achtung! Keine Regel. Doch, du bist bei mir. Sicher? Ja. Hier kommt jetzt einer, der schmeißt euch eine Kanade. Alter, den habe ich voll in den Kopf geschossen. Kanade! Lass mich doch... Da stehen sie nicht alle im Weg, ey. Oh Gott. Ich bin so ein schlechter... Was? Ich wurde wieder beliebt und bajonettiert, ey. Heißt das bajonettiert? Echt? Keine Ahnung, wie das heißt. Ist mir auch egal. Ja! Ja! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Schön! Äh... Oh, es gibt jetzt... Ach, Abstimmung! Kartenabstimmung! Sehr schön! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Ach so, sollen wir jetzt noch gucken, was wie... Äh... Wie... Ähm... Aber schwarze Deutsche, oder was? Hahaha! Man macht ja keinen Sinn! Das war richtig nett! Ja... Macht ja so viel Sinn nicht! Tschüss! Was ist denn jetzt hier los? Highlights! Ach so! Statistik, pass auf! Ich bin Schrotflinten-Kids, top! Ich bin der Beste mit Schrotflinten-Kids! Ich bin der Beste mit Schrotflinten-Kidschrotflinten-Kidschrotflinten-Kidschrotflinten-Kidschrotflinten-Kidschrotflinten.